Als Waage sind Sie immer harmonisch und ausgeglichen. Aber das können Ihnen die Sterne flüstern. Ihre Finanzen sind es nicht. Achten Sie in Zukunft bei Ihren Investitionen auf die Balance. Die eine Hälfte in diese Hand, die andere Hälfte in diese. Mit dem Rest können Sie machen, was Sie wollen. Untertitelung des ZDF, 2020